Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um einen Benziner. Dafür haben wir hier einen BMW 2er 235i mit dem N55 Motor. Es ist einfach so, viele Leute denken, Diesel sind ganz, ganz schlechte Motoren, es gibt nur Probleme und haben angefangen Benziner zu kaufen. Nur die Benziner haben noch mehr Probleme und heute befassen wir uns mit dem Thema Injektoren. Dieses Fahrzeug ist aus 2015, also 5 Jahre alt und hat 40.000 gelaufen. Nach 40.000 sind die Injektoren defekt. Deswegen werden bei dem Fahrzeug die Injektoren erneuert. Um die Injektoren tauschen zu können, gibt es vom BMW verschiedene Spezialwerkzeuge. So sieht sowas zum Beispiel aus, damit man die Injektoren ohne Beschädigung rausbekommt. Die Spezialwerkzeuge bekommt man direkt vom BMW, hat eine originale BMW Nummer. Wenn man die Injektoren tauscht, ist es immer ganz wichtig, dass man die Teflon-Dichtungen ebenfalls austauscht. Wenn man die nicht austauscht, dann gibt es sehr große Gefahr, dass der Kraftstoff nach vorne geht und sogar weitere Beschädigungen passieren können. Auch für diese Teflon-Dichtungen gibt es auch spezielle Zangen, denn die muss man austauschen und mit diesen Zangen kann man die alte Dichtungen halt austauschen. Genauso wie bei den Rabziehern gibt es dort ebenfalls eine originale Teilenummer. Wir haben in dem Fall aber einen etwas anderen Motor, das heißt, da gibt es einen etwas anderen Abzieher für die Injektoren. Es gibt zwei verschiedene Varianten davon und in dem Fall werden die Injektoren getauscht. Die Injektoren sind bei BMW leider sehr, sehr teuer. Es sind in dem Fall direkt ein Spezialinjektoren und man sollte da auch nicht an der falschen Stelle sparen. Man kann nicht einen Injektor tauschen, sondern man muss alle sechs auf einmal tauschen und der eine Ausbau ist relativ komplex. Nach dem Einbau müssen die Injektoren programmiert werden, das heißt, das Fahrzeug muss wissen, welcher Injektor wo ist. Wenn ihr Pech habt, dann ist euer Fahrzeug an einem alten Softwarestand, das heißt, damit die Injektoren überhaupt funktionieren, muss das Fahrzeug geupdatet werden. Aber, wie gesagt, wenn ihr Injektoren austauscht, dann sollte man da nicht an der falschen Stelle sparen, sondern originale Injektoren nehmen, denn die Injektoren können einen sehr, sehr hohen Schaden verursachen. Dass man eine Vorstellung hat, wie so ein Injektor aussieht, wäre ja nicht mehr in Ordnung, so wie hier zum Beispiel. Ihr seht, der Injektor ist nur einigermaßen sauber und hier ist, das ist der Horror. Ihr könnt sehen, wie schmutzig der Injektor an sich ist und das ist nur bei 40.000. Deswegen, jeder Fahrzeug oder jedes Fahrzeug, jeder Motor hat seine eigenen Krankheiten und Probleme. Daher muss man immer schauen, dass man die richtigen Sachen rechtzeitig macht, um einfach tolle Reparaturen nicht zu bekommen. Hier haben wir die Injektoren ausgebaut mit dem Spezialwerkzeug, was dafür sorgt, dass sie beschädigungsfrei ausgebaut werden. Wichtig ist bei dem Ausbau, dass man nicht zu sehr an die Injektoren zieht. Es gibt auch andere Werkzeuge. Das Problem ist, wenn wir eine zu sehr hohe Zugkraft an den Injektoren haben, wird er dabei kaputt gemacht. Aber in dem Fall ist das egal, weil die Injektoren sind sowieso defekt. Wenn ihr Injektoren aber halt ausbaut, um andere Sachen an dem Fahrzeug zu machen, dann muss man natürlich da entsprechend aufpassen. Warum tauschen wir bei dem Fahrzeug die Injektoren? Weil das Fahrzeug unruhig läuft. So ein unruhiger Lauf kann verschiedene Ursachen haben. Es kann zum Beispiel sein, dass die Ventile verkorkt sind. Das ist ein ganz großes Problem bei den Benzinern, bei dem N54 oder dem N55 Motor, also dem 1,35, 2,35 und auch die neuen Modelle. Dann muss man mit einer Walnusssteinreinigung die Ventile reinigen. Denn es gibt zum Beispiel häufig Fahrzeuge, die Verbrennungsaussätze haben. Die Leute tauschen Zündkerzen, Zündspulen, Injektoren und im Endeffekt waren das zum Beispiel die verschmutzten Ventile. In dem Fall wurden die Ventile bereits gereinigt. Das Problem bestand immer noch, Zündspulen, Zündkerzen sind ebenfalls neu, dann bleiben nicht mehr viele Optionen übrig. Deswegen werden in dem Fall die Injektoren ausgetauscht. Ein Injektor kostet beim BMW ungefähr, glaube ich, um die 350 Euro. Also könnt ihr euch selber zusammenrechnen, dass es keine günstige Angelegenheit ist, das zu machen. Hätte man alles sozusagen vorbeugen können, hätte man die richtigen Sachen zur richtigen Zeit gemacht. Aber in dem Fall ist es leider zu spät, bei 40.000 und 5 Jahren muss der Kunde leider in den sauren Apfel beißen und viel investieren. Wenn ihr nicht wollt, dass euch sowas passiert, gibt es verschiedene Maßnahmen, die man machen kann, damit sowas nicht passiert. Am besten vorbeischauen, wir machen eine Diagnose, prüfen die einzelnen Komponenten, Bauteile und können dann sagen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Damit teure Reparaturen, wie das hier zum Beispiel, nicht entstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.